schon wieder spät nachts nächste mische ist bereit und ist mal wieder not am mann dann wird halt brüderlich geteilt das heißt meine kippen sind deine kippen für meine jungs möchte ich meine rippen versuch mir gar nicht erst was beizubringen ich bin gerade dabei mich darauf einzustimmen schon wieder spät nachts nächste mische ist bereit und ist mal wieder not am mann dann wird halt brüderlich geteilt das heißt meine kippen sind deine kippen für meine jungs möchte ich meine